Hier bin ich. Ich habe es auf die andere Seite der Erde geschafft. Es scheint eine andere Welt zu sein. Menschen lachen dich an und meinen es gut. Es ist wie Milch und Honig. Und es gibt Arbeit für jeden, der sie will. Schicke bald Geld. Da kommt ein Sturm auf. Wir müssen warten. Das ist kein Sturm. Das ist Sand. Das sind Schüsse. Zuhause erzählte mir mein Vater eine Geschichte. Er erzählte mir die Geschichte von Sintbad dem Seefahrer. Ein junger Mann, der sein Zuhause verlässt, um Abenteuer und sein Glück zu suchen. Und ich schaute nach oben. Über mir. An der Seite des Bootes stand der Seemann und sah runter zu mir. Und dann zog das Boot weg. Und ich war allein. Ciao und Sint. Nein!